Ich hatte einen Friseurtermin, habe meine Haare gefärbt und würde es einmal raten, was passiert ist. Der Friseurtermin ist mal wieder direkt nach hinten losgegangen. Eins, zwei, jetzt denken sich viele, was ist denn da passiert? Hier werden jetzt ganz kurz ein paar Bilder eingeblendet, weil hier so von der Cam sieht man es einfach nicht. Generell sind hier die Lichtverhältnisse dezent am Schwitzen. Ich wollte das hier haben, aber ich meine, da kennt man überhaupt keinen Unterschied. Aber mit dieser modischen Cap vor allem macht das Leben viel mehr Spaß. Ihr müsst wissen, wenn man sich die Haare färbt, dann ist es meistens so, dass es brennt. Aber es brennt wirklich hart, also da ist die Kopfhaut wirklich am Brennen. Und da habe ich mir einfach so gedacht, dass meine Mutter die Farbe jetzt früher entfernen soll. Und das war ein Fehler, weil die Haare waren dann nicht blond genug und sind explodiert. Nein, das hat einfach nicht gefunkt und jetzt sieht es halt so aus, wie es aussieht. Hau ich jetzt einfach mal die Cap vom Kopf und erzähle euch jetzt mal eine Story. Ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, dass ich bei 280 Likes meine Nummer veröffentliche. Aus einem Grund, wenn ich das nächste Mal streame und mein Urlaub wieder zurückkomme natürlich, werde ich wieder anfangen aktiv Minecraft zu streamen. Und das wird dann extrem witzig, wenn alle so meine Nummer haben und mich dann nerven, anrufen. Und ich bekomme jetzt sowieso bald eine neue Nummer. Von dem her werde ich meine Nummer bei 280 Likes veröffentlichen. Ansonsten, ich hoffe das Video hat euch gefallen und viel Spaß noch. Tschüss! Tschüss!